Hallo zusammen, heute zeige ich euch meinen Skri, wo es einfach Text, die Textfarbe enden kann, die Bildgröße enden kann und die Linienfarbe auch enden kann. Wir holen zum Beispiel eine neue Datei, zum Beispiel eine Vorlage und dann könnten wir einfach bearbeiten. Zum Beispiel diese Vorlage holen wir und dann könnten wir einfach bearbeiten. Ich zeige euch, wie man das macht. Also wir fügen zunächst einen Textrahmen und dann könnten wir zum Beispiel einen Text da schreiben, zum Beispiel Finanzen und EDV könnten wir schreiben. Ich will noch nicht lesen, weil es ein bisschen zu klein ist. Und jetzt auf der rechten Seite drücken Sie da und könnten Sie einfach die Schriftart einfach hier ändern, wie Sie wollen. Wir haben verschiedene Modelle und dann könnten Sie einfach aussuchen, was ihr am besten so gefällt und dann könnten Sie einfach, ja, schreiben. Also und wie gesagt, Sie können auch hier entweder Regular oder Medium oder Italic haben. Also man hat oder Fett kann man auch schreiben, also zum Beispiel Fett, dann haben wir eine Fetteschrift und die Schriftgröße können Sie einfach hier ändern, wie Sie sehen. Also Sie drücken einfach drauf und es wird einfach größer. Und die Zahlenabstände können Sie einfach hier anstellen, aber momentan haben wir nur eine Zeile und deswegen ist es einfach so. Aber jetzt zeige ich euch, wie man das erzeugen kann. Sie sehen schon, Sie können es noch nicht sehen, weil es schwarz ist. Also ich markiere nochmal und dann sehen Sie ganz genau, wie ich das mache. Also die Zahlenabstände können Sie einfach da erzeugen und Sie sehen schon, wie wir jetzt zwei Zahlen haben und einen Abstand gibt es dazwischen. Und Sie können auch die Abstände zwischen dieser obere Kante, untere Kante und rechte Kante haben. Indem Sie einfach hier machen, Sie sehen schon untere Kante, dann haben wir auch rechte Kante, dann haben wir auch, es wird einfach verschoben, wie Sie sehen. Und die linke Kante, also Sie sehen schon, was Sie damit machen könnten. Und Sie können auch den Hintergrund so bearbeiten, indem Sie hier auf Farben drücken und eine bestimmte Farbe so aussuchen. Und dann anstatt normal könnten Sie vielleicht einen Radiella, einen Verlauf einfach so machen, so dass, ja, zum Beispiel in schwarz auch können wir, die beiden Farben können wir einfach so mischen, dass wir einfach, ja, entweder so oder so, ja, dann haben wir etwas da erzeugt. Und die Deckkraft können Sie einfach hier entweder niedriger machen oder einfach erhöhen. Also Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Das ist, was wir schon gemacht haben. Und die Schriftfarbe zeige ich euch, wie man das macht. Also das ist hier, Sie drücken wieder auf Text und dann gehen Sie hier oben und statt schwarz nehmen wir zum Beispiel die weiße Farbe. Also die Textfarbe haben wir jetzt in weiß. Wir können auch eine andere Farbe wie die gelbe Farbe haben oder, ich weiß nicht, gelbe Farbe könnten wir auch nehmen. Wir haben schon. Und Sie sehen, man kann einfach hier anstellen, wie Sie sehen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt fügen wir dazu ein Bild. Und jetzt zeige ich euch auch, wie man ein Bild einfach so mit der Größe, also anstellen kann. Einen Rahmen haben wir schon mit der rechten Taste drücken wir und dann holen wir zum Beispiel ein Bild. Und dann kann ich euch zeigen, wie man das erstellt. Also mit der rechten Taste Bild, einen Rahmen anpassen und dann, ja, alles machen. Also jetzt haben wir ein Bild und ich zeige euch, wie man das Bild einfach verarbeiten kann. Sie sehen schon, wir haben ein Menü hier Bild. Sie können entweder die Position ein bisschen verändern, zum Beispiel die freie Skalierung. Sie können sagen, okay, ich möchte ein bisschen das Bild so haben oder ein bisschen so. Sie können auch hier unten nochmal ein bisschen verschieben, wie Sie das haben wollen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also entweder so, Sie können das machen. Oder Sie können einfach hier drauf drücken und dann einfach so verschieben, wie Sie das haben wollen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, um wirklich das Bild, die Bildgröße zu beanflussen, wie Sie das haben wollen. Und Sie könnten auch einfach sagen, ja, wir wollen zum Beispiel das hier haben. Oder die Bild-Effekte können Sie auch erzeugen, indem Sie hier drücken, zum Beispiel, Sie wollen die Helligkeit zum Beispiel bearbeiten. Dann haben Sie und dann kommen Sie hier, Sie sehen schon, was wir damit erzeugen können. Sie sehen schon, entweder ganz hell oder dunkel. Sie sehen, also ein ganz verschiedener Modell. Und wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie einfach auf OK. Also Sie sehen schon, es ist ein bisschen dunkler geworden. Sie können weiter einfach bearbeiten, wie Sie das haben, zum Beispiel Graustufe, Kontrast ein bisschen bearbeiten, Farbe ändern. Also Sie drücken einfach drauf und dann kommt es auf der anderen Seite. Dann könnten Sie sagen, OK, ich möchte zum Beispiel das Auto in Rot haben. Oder ich möchte jetzt zum Beispiel Geld haben. Ich möchte zum Beispiel, wir haben verschiedene Möglichkeiten hier. Also Sie machen einfach damit, was Sie wollen. Und es wird einfach weiter so. Und dann könnten Sie auch die Potenzial einfach hier ein bisschen verändern, damit Sie besser sehen können. Und es ist einfach so. Also ich hoffe, euch geholfen zu haben. Und freue mich auch, das nächste Video mit euch wieder zu teilen.